wir hatten in der letzten folge hier ein angebot ein unmoralisches mal gucken können wir die jetzt marybeth können wir das noch mal grüßen jetzt marybeth will sie nicht mehr ein einziges angebot und wir setzen wir setzen uns einfach hin jetzt will sie nichts mehr von uns wir haben zu lange gewartet verdammt ich bin einfach zu langsam bei dem spiel und das hier heubein das gerade gesehen beim vorbeilaufen bringe das heu zur futterstelle als das x für die pferde oder was du musst zu einem trapper gehen der macht etwas alles klar dann war ich doch beim trapper verdammt also also doch und da hatte das nicht also ich musste ihm das verkaufen und dann kann ich diese mütze diese bärenfeld mütze machen alles klar also doch okay ist egal wir wissen ja jetzt dass das bärenfelder liegt da wird er ja nicht bitte ja nicht schlecht domino spielen aber das noch gesperrt da sollte ich einfach mal wieder quests machen ich wollte mal gucken hier wegen der spende genau hier vorne kann man noch spenden beitrag leisten gegenstand spenden oder geld spenden gegenstände wir haben was haben wir denn hier 8 dollar 10 dollar 500 dollar ok spenden wir einmal geld spenden beitrag erhöhen beitrag verringern ballern wir mal 20 dollar rein also für die naja wieder nicht doch jetzt 20 dollar 20 dollar spenden immer her damit so da haben wir unseren beitrag geleistet und wir können ein bisschen ja nur noch ein bisschen essen oder so abgeben wir wollen spenden so sieht es aus mein freund aber da oben das ist alles nur rot wir müssen noch viel mehr essen geben spenden naja so ein bisschen was fürs allgemeinwohl getan mein ding unser gold junge so ich wollte zum pferd beziehungsweise von ach nee ich mache jetzt mal hier in der quest bei kbsk was ist das kieren ok Ja? Kastrin! Kastrin! What's he doing? Where's he going? Slip, snap, fire up! Holy balls, boy! Just gonna call in trouble. You know, in Imperial Rome, Eunice was among the happiest and most loyal of courtiers. Are you kidding me, right? Of course. You straight bastards! What do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas home. Okay, okay, listen. I know where old Driscoll was holed up. And you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Serious, I don't like him. I mean, I like him even less than I like you. No offense. None taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there? Right now. I got this Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Let's go. Kastrieren. Wurfmesser in meinem Kompendium. I ain't no old Driscoll. Are you sure as shit was? John, Phil, come here. We got a social call needs making. Where are we heading? Uh, up into the hills behind Valentine. But I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. And in nonsense kill him. Sure. You gonna pay your buddies our respect. Alles klar. You taking us to Komp? That's what he says. We're going to the Pferd. 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 Nothing. We're going to the Pferd. Sharon's saddle with an old driscoll. Who would have thought? How many times I got to say? I ain't an old driscoll. You sure look like one and you smell like. God damn. Gott daaam Anstinktienno Driscoll Da stand es auch eben auf dem Tipp, dass ich ein legendäres Tier noch im Lager habe und das an einen Trapper geben muss Alles klar Abagel würde mich nicht auf Sie wissen, dass sie nicht mit dem Grund Na gut, wenn du eine Verlust von Grund und hinter dir hinter deine Frau wir wurden getötet Und ich würde das gleiche für dich wenn du in eine schlechte Weise war Ich hoffe so Aber ich glaube, dass du nicht wie zu helfen jemanden Except in dir Du siehst, Old Driscoll? If this is how he treats his friends Imagine what he does to his enemies I got an inkling of what you all do to your enemies when you put those gelding tongs to my part Bill! You still got those tongs? I got a knife Won't be so clean, but it'll do the job Keep that in your mind, young fellow Right at the forefront of it Dann kann man das auch mit dem Messer machen, ne? I am taking you to comb As best as I can Alles klar chicken, but vielen Dank für den Tipp Werde ich beherzigen Muss ich alles noch einspielen, ne? Aber stimmt, ich hatte einmal schon das Problem Da hatte ich nur die Pistolen dabei, ne? Und da hat mir tatsächlich das Gewehr gefehlt Bei dem legendären Bär Hehehe You all ain't that different from the O'Driscolls What did you just say? I've been watching you all these weeks Verbundenheit gesteigert Sehr gut Ja, well I'd say you don't know much about the O'Driscolls But maybe I know more about you than you know about them And I know all about them, so Tell us them How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them You're out to survive like them You live rough You live hard Fighting the law Nature You're out for yourselves See? This is why you're an O'Driscoll O'Driscoll You're out to survive We're out to live Free Colum's a sneak thief and a killer Dutch is Dutch is more like a teacher Dutch is a teacher, exactly Dutch is a teacher You look but you ain't seen John Shut that boy up Enough out of you Boys We're almost on them Okay We're almost on them Now Who knows Of this son of a bitch We got with us Is talking true But if it's what you said it is And Colum O'Driscoll's hair Die können wir alle nochmal durchsuchen gehen Here and now Okay Now cut Left up here We go down the hill Into the forest Okay We're going in quiet Taking them out As we find them Trying not to set things off But if we do We move quick And hard We settle this like we know how Okay? Okay by me With you, Morgan All right then Through the trees here Hauptsache, der farscht uns nicht Hey, we're real close I'd leave your horses the other side of this clearing I'll get my guns off my horse and I'm ready Okay, the tip Die tip Die tip Haben wir jetzt eine halte tab gedrückt Wenn du dich in der Nähe deines Pferdes befindest Um Waffen durchzugehen Die du mitführst Wähle leise Waffen wie Bogen Oder Wurfmesser Für geläuschlose Angriffe Okay Off your horses Let's go You gonna get them knives I said easy Easy baby So Pferdeinventar Doppelläufige Flitte Ah ja, alles klar Also Wir haben Den Repetierkariber Karabiner Den nehmen wir mit Wurfmesser an nehmen wir mit Ah, noch hier einen Bogen Nehmen wir einen Bogen mit Wir haben einen Wurfmesser mit Und dann gucken wir mal, ob wir Das lausende ist Wir haben einen Bogen mit Wir haben einen Wurfmesser mit 8 Stück Und dann gucken wir mal, ob wir Das lautlos erledigen können hier Und dann gucken wir mal, ob wir Das lautlos erledigen können Das lautlos erledigen Das lautlos erledigen Das lautlos erledigen Ich werde es Wir werden das nicht Wir werden warten Wir werden warten Was machen wir mit dem Pisser Dann werden wir Okay Williamson macht es mal Wir gucken uns das Schauspiel an Okay Williamson macht es erst mal Gucken wir uns das Schauspiel an, die beiden sind jetzt vorne. Mit der Knarre wollte ich eigentlich nicht ballern. Rufmesser. Oh Scheiße! Das war doch nicht so leise. Was ist der Knarre? Was hast du in den Woods? Keine Ahnung. ich sehe keinen, ich muss weiter nach vorne rücken hier ist einer, ne? oh kacke ins gesicht geschossen ok weiter nach vorne los, 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 los wo sind sie? wo sind sie? da wo sind nur welche? da vorne? sehe ich einen roten punkt rechts ist noch einer, der läuft der da ist zu niedrig, halte tab gedrückt und drücke er um das rad zu holen und dann können wir das dead eye wieder auffüllen, den kern auf jeden fall kentucky bourbon so wieder alles auffüllen und dann machen wir mal ein bisschen was für die gesundheit haben wir ein schönes kekse salzenende rein oh oh, die vorräte die ich gebraten habe, die sind ja mal richtig nice dann nehmen wir noch was, was einfach nur das herz auffüllt, so, haben wir alles klar dann können wir noch hier ein bisschen plündern aber das lager der undriskels soweit geplündert oder zumindest haben wir die leute jetzt mal platt gemacht und wir gucken oh, 1 dollar 41, gar nicht mal so schlecht da muss ich jetzt die ixe, ne? die ixe sind ja hier auf der minimap markiert die einfach nur ablaufen einmal auf dir, ja, so na, warte mal, wir gehen jetzt mal noch ins lager hier liegt bestimmt auch noch irgendein stuff rum, oder? natürlich kautabak ok, da sind wir voll die munition nehmen wir natürlich auch mit so, und dann plündern wir natürlich hier in aller ruhe erstmal hier ist ja auch noch ein lager, ne? das gucken wir uns natürlich auch nochmal an wollte ja nix liegen lassen angebrochener djinn schlangenöl, wozu ist das eigentlich gut? ein tannenbaum muss man jetzt abputzen, als wegwerfen, wenn er abgeputzt ist, ne? das angebrochener arzt, nein oh, mais, nice der O'Driscoll, ne? der ist in einer Hütte, hat er gesagt da gehen wir gleich mal hin vorher machen wir jetzt mal hier alles schön klar so, was haben wir hier noch? hier mache ich, Junge, mache ich Sprung haben wir hier noch irgendwas? Premium Zigaretten ja, noch Munition, ne? ok, dann wollen wir mal hier ganz geschmeidig die Knarre nehmen mal mit dem Gewehr war es ein bisschen zu zu wild in meinem Haus zu schießen, ne? kann man hier vielleicht durchs Fenster gucken alles zu, ne? komplett dicht die Bude oh mein Gott ist nicht da? ist nicht da da ist was dran da ist was dran ich will dich nicht ich hab dich nicht auf du verletzt du verletzt ich lasse dich weg jetzt geh' auf komm, komm raus das ist das gut als zu töten da sind wir hier ohne dich Komo wäre einfach zu verlieren über das so? also ich bin jetzt einer von dir gib mir einen Rekord alles klar also im Kamin der hat doch hier wer hat denn das gesagt? alles klar also im Kamin der hat doch hier wir hatten das gesagt damals vorhin in der anderen Folge ich soll in den Kamin gucken, ne? alles klar also im Kamin ist usually money Kekse haben wir hier wir haben hier ohne Ende Futter eine Bourbon Blinden Munition kann man nicht ah jetzt Kentucky Bourbon den nehmen wir natürlich mit manchmal ist die ähm dann sieht er halt das eine aber dann will ich eigentlich das andere anvisieren was denn hier los? eine Schatulle auf das Ding Gingseng Elixier okay ganz schön unaufgeräumt die Butze hier was liegt denn hier ordentlich? eine Geldschein Klammer mit und 11$ und 12$ und nochmal 11$ nice hier haben wir noch eine Kommode nochmal von diesen komischen Schlangenöl und äh Flinden Munition sind wir voll oh hier liegt eine doppelläufige Flinte die ist glaube ich gar nicht mal so schlecht, ne? diese Waffe ist schmutzig Waffen werden schmutzig wenn man sie benutzt und können gereinigt werden indem du in der Mitte drückst wenn sie im Waffenrand markiert sind Waffen mit Waffenöl zu reinigen verbessern den Zustand und ihre Leistung das wissen wir ja jetzt das Problem natürlich meine blank geputzte Waffe ist unser Pferd ist doch hier in der Nähe, ne? ah ja alles klar Pferde reagieren nicht auf Pfeifen im Gebäude ok ich soll die Waffe reinigen ich soll die Waffe reinigen schön verrostet das Ding aber hier wie blank die jetzt ist richtig geil ok umdrehen vergrößern Perspektive wechseln Perspektive wechseln ah nice ok ich suche den Kamin 600 Dollar ho 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 ok Mission abgeschlossen Gast bei Freunden halt F1 gedrückt mhm unter der Androhung von Folter führt Kiernan Arthur John und Bill zur Six Point Blockhütte in der Colm und Driscoll sich angeblich versteckt Töte lautlos 4 und Driscoll haben wir natürlich nicht wir haben die vorgeschickt die beiden Schlauberger die da rumgeballert haben lande 12 Kopfschüsse schließe die Mission mit mindestens 80% Genauigkeit ab schließe die Mission ab ohne Gesundheitsgegenstände zu benutzen ok das geht natürlich besser Bandenanteil 300 Dollar dein Anteil 100 achso alles klar Gesamtbeute 600 Bandenersparnisse 300 alles klar das geht dann auch in die Gemeinschaftskasse und jeder kriegt nochmal ein Hunni von den 600 aber ist ja egal dafür sind wir eine Bande ich krieg ja dann wahrscheinlich von anderen auch was ab wir müssen mal gucken ob wir die doppelläufige auf unser Pferd geben können das wäre nochmal nice da ist es da war doch schon eine drauf ne eine doppelläufige doppelläufige Flinte doppelläufige Flinte doppelläufige Flinte kann man die kann man die irgendwie boh boh aber mein mein Karabiner war ja auch noch hier ne ist der Bogen und der Karabiner verbrechen gemeldet gesucht scheiße yok scheiße ich muss weg ha 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 fuck ich hätte eine Maske tragen sollen oder komische riffs scheiße alter das war knapp ich muss einmal zum lager ermittlungen gesucht oder muss man schnell sein da war doch einer abgehauen ich dachte da so wir gucken auf mappe wo sind wir überhaupt waren das camp das musste hier irgendwo gesehen gewesen sein und riske camp ist auch scheißegal wir wollen jetzt erst mal wieder zu rück ist doch ein bisschen weiter ich glaube wir machen das bezahlen jetzt mal unsere unsere ich denke jetzt kopfgeld auf uns aufgelegt sein oder gesucht wurden dann reiten wir jetzt mal nach valentine und da kann man glaube ich auch in dem saloon wo wir waren da kann man auch pennen können wir das jetzt mal machen in diesem nicht salon in dem hotel wo wir den einen da beim scheißen erwischt haben bei den grüßen nicht in der cinematik ansicht scheriffs büro da sollten wir mal ganz schnell vorbei reiten hier ist ein fragezeichen dann geben wir gleich hin aber wir wollten ja da ist eine train station oder nicht von valentine da kann man doch seine sein fahndungslevel erniedrigen falls wir jetzt noch gesucht werden ich weiß es nicht wird anbinden die valentine station bin mal gespannt ob ich jetzt gesucht werde hallo beamter kopfgeld bezahlen ne alles cool weil da wurde halt nur ein verbrechen gemeldet und dann kamen die sheriffs aber haben keinen gefunden also von daher alles cool ok dann können wir ja jetzt zum hotel und uns da erstmal ausruhen für unsere nächsten aufgaben und ich kann mich noch erinnern wo das hotel war ok davon ist auch ein kleiner weißer punkt da ist auch noch mal eine mission verkauft zeitung newspaper und davon ist ein hotel mit bett und da gehen wir jetzt mal hin ganz gemütlich könnten ja nochmal in saloon gehen aber ich glaube wir haben schon lange nicht mehr hätte wie dreckig wir sind und wir können ja erstmal nochmal unser pferd stregeln natürlich auch nochmal was geben zum essen so schön und einmal liebhaben streicheln genau so wir nehmen auf jeden fall die doppelläufige mit und den karabiner kann ich den bogen was mache ich denn da ach scheiß egal wir nehmen die doppelläufige das reicht glaube nicht dass mein pferd geklaut wird wir sind ehrlich bei gta moin mein lieber dienst leistungsmenü genau ein heißes bad das nehmen wir 25 cent das ist ja günstig wohin oben waren nur die zimmer ne das hier 1 a da war gemütlich aus da haben wir es alter wie dreckig ich bin hier wie gerald von riva ne da hat sich auch immer schön hingegen den kopf waschen nice helft luxus bad cent sind das ne 50 cent nimmer und ui eieieiei ist das mit happy end Das ist cool alles cool Das ist ja cooles Luxusbad Lickes Bein waschen Und das mittlere Bein auch Okay, jetzt habe ich schon klingeln gehört Ich glaube damit ist der Waschvorgang beendet Und ich bin wieder sauber Absolut Oh, noch ein Kuss aufgestürmt Vielen, vielen Dank Mal kurz nachwinken Wunderbar Assa ist wieder Wie neu Wir nehmen uns noch ein Zimmer Ich glaube, warum nicht Dienstleistungsmenü Wir mieten uns ein Zimmer für einen Dollar Du hast ein Zimmer gemietet Und dort kannst du deinen Spielfortschritt speichern Deine Outfits wechseln Oder Waffen Im Waffenkoffer lagern Oben Oben, ganz hinten Schönes rotes Licht hier Und ich denke mal Hier sind sogar noch die Schubladen auf Wo ich das durchsucht habe Das ist ja verrückt Das ist ja verrückt Ah, hier haben wir einen Waffenkoffer Auf dem Pferd haben wir die Sachen Ausgerüstet die beiden Abgesägte Flinte Im Waffenkoffer lagern Im Waffenkoffer lagern Ist die abgesiegte flinte Ist die abgesiegte Flinte jetzt drin Packen wir die auch erstmal weg Oder nee Ich glaube, eine Schrozwinte kann man immer gebrauchen Darf man nicht unterschützen Wir können das doch umziehen Das machen wir doch nochmal ganz kurz Outfits Schläger Grobian Rebell Und das hier Dieses Outfit ist gut Für durchschnittliche Temperaturen geeignet Das auch Für durchschnitt Wir brauchen ein durchschnittliches Ist gut für heiße Temperaturen Das hier ist für kalte Und dann nochmal ein durchschnittliches Grizzlies gesetzloser Dann packen wir das aufs Pferd Okay, dann passt das Ja wunderbar Dann würde ich sagen Pennen wir jetzt mal eine Runde Und dann geht's am nächsten Tag weiter Wir pennen bis Mittags Das reicht Acht Stunden Sollten Genügen Hähäähääääääääääieääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää Vielen Dank.